Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichtswelt und heute mal wieder mit einer Breaking News. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Die Politik hat mal wieder was gemacht, was ich ganz toll finde. Und zwar geht das um das Verzögern, wenn Netz, Verteilnetzbetreiber das Netzanschlussbegehren verzögern, was dann passiert. Da wurde was geändert. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich mich aber ganz kurz bedanken. Und zwar beim Marc, beim Jörg und beim Christoph, die mir über Paypal, der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, kleine Geschenke gesendet haben zur Unterstützung meines Kanals. Ich bedanke mich bei euch. Ich finde das schön, dass euch mein Kanal gefällt und dass ihr das unterstützen wollt, was ich hier mache. Gut, also kommen wir zum Thema. Ganz oft oder ganz sehr häufig werde ich ja um Hilfe gebeten, wenn Netzbetreiber irgendwie nicht so agieren, wie man das gerne hätte. Normalerweise steht ganz am Anfang einer PV-Anlage, also nicht ganz am Anfang steht die Planung, das ist klar, aber wenn man die Planung soweit gemacht hat und eine PV-Anlage aufs Dach bauen möchte, dann ist das Erste, was man mit dem Netzbetreiber zu tun bekommt, das Netzanschlussbegehren. Das heißt, man fragt den Netzbetreiber, ob man diese Anlage an seinem Netz so betreiben darf. Gut. Und normalerweise soll das so sein, dass innerhalb von acht Wochen eine Antwort kommt, innerhalb von vier Wochen muss aber eigentlich ein Terminplan geschehen, weil es gibt ja auch Anlagen, die größer sind als das, was am Hausanschluss möglich ist und dann muss ein Plan übergesendet werden, wie dieser Anschluss zu bewerkstelligen ist, also oder in welchem Zeitabstand das bekannt gegeben wird, wie es zu bewerkstelligen ist. Gut. Die meisten Netzbetreiber machen das ordentlich. Es gibt aber auch Netzbetreiber, die reagieren einfach gar nicht auf ein Netzanschlussbegehren. Insbesondere dann nicht, wenn die Leute das selber gestellt haben. Also man darf ja, auch als Privatbürger, darf man sein Netzanschlussbegehren ja selber stellen. Es beinhaltet wenige Daten, den Ort der Anlage, also wie die Anlage aufgebaut werden soll, wie groß die Anlage ist, den Namen des Betreibers und und und. Meistens auch eben die Zählernummer dabei. Und dann darf man das Netzanschlussbegehren eigentlich auch alleine stellen und muss man keinen Installateur für haben oder dergleichen. Also das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Aber einige Netzbetreiber reagieren da einfach nicht drauf, wenn jemand das selber stellt. Und nun war es bisher so, wenn man innerhalb von vier Wochen bei einer Anlage bis 10 kW Peak innerhalb von vier Wochen keine Antwort bekommen hat, dann durfte man eine 10 kW Peak Anlage im Grunde genommen und einen geeigneten Anschluss selber so anschließen. Also nicht man selber, der Installateur durfte das dann entsprechend seiner Gesichtspunkte einfach so anschließen, ohne dass der Netzbetreiber dann noch was gegen sagen durfte. Also dann galt das Netzanschlussbegehren in dem Sinne als bewilligt. Nun ist das so, diese 10 kW Geschichten, da sind wir ja weit drüber weg. Ich meine, habt ihr, seht ihr in meinen Videos ja auch, auch wenn ich Zuschaueranlagen zwischendurch mal zeige, was da aktuell geplant wird, dann ist 10 kW, naja, das Reihenhaus, das ist oft noch unter 10 kW. Aber alle, die ein Haus haben, die ein bisschen größeres Dach haben, bauen ja inzwischen die Dächer voll. Ist ja auch schön, dass ihr das so macht. Also hören ja auch auf mich, auf Martin, auf andere YouTuber, die eindeutig dazu raten, maximal PV zu bauen, weil das immer das Beste ist. Der Preis ist minimal oder am kleinsten, wenn man das Dach maximal ausnutzt. Man hat auch im Winter maximale Leistung, das ist ja auch immer wichtig. Deswegen sollte man seine PV ja möglichst groß bauen. Gut, das machen ja nun die meisten. Das Problem dabei ist natürlich, dass man dann diese 10 kW-P-Regeln nicht mehr nutzen kann. Und da habe ich also wirklich auch Zuschauer, die mich ja immer wieder gefragt haben, ja Mensch, mein Netzbetreiber reagiert da einfach nicht drauf. Ich habe einfach keine Antwort auf das Netzanschlussbegehren bekommen. Was kann ich denn jetzt machen? Und nun kommen wir zur Breaking News. Denn heute war eine Kabinettssitzung. Das Bundeskabinett hat heute getagt. Und das Bundeskabinett hat eine Formulierungshilfe angenommen heute. Also ich meinte am 7. Juli, genau am 7. Juli kommt die dann in den Bundesrat. Und dann, wenn die da angenommen wird, ist sie im Juli in Kraft. Und zwar, ich versuche mal eben so die Formulierungshilfe ein bisschen mitzuteilen. Ich verlinke mal einen Artikel im PV Magazine, wo das auch nochmal schön ausgestrahlt wird. Man kann das, also ich habe noch nicht das offizielle Schreiben vom BMWK. Also von daher nehme ich mal das, was das PV Magazine veröffentlicht hat. Und zwar, es wird klargestellt, dass vorübergehend Solaranlagen bis 50 kW installierter Leistung bei ausreichender Kapazität des bestehenden Netzanschlusses an das Netz angeschlossen werden können, wenn der Netzbetreiber auf ein Netzanschlussbegehren nicht innerhalb eines Monats reagiert. Das ist also der Kernsatz. Das heißt, wenn ihr habt jetzt einen Installateur und der hat das Netzanschlussbegehren für euch gestellt oder ihr habt das Netzanschlussbegehren selber gestellt, euer Anschluss ist eigentlich, keine Ahnung, 60 kVA oder sonst was, also gibt das her, dann könnt ihr eine Anlage bis 50 kW, kann er dann sozusagen ohne, dass das Netzanschlussbegehren positiv beschieden worden ist, an diesen Anschluss anschließen, ohne, dass der Netzbetreiber dann nachher was gegen machen kann. Das heißt, das ist dann regulär. Das gilt für Anlagen, deren Netzanschlussbegehren, erst mal, erst mal so zunächst für Anlagen, die vor dem 1. Juli 2024, also wo vor dem 1. Juli 2024 ein Netzanschlussbegehren gestellt wird. Das heißt, wenn dann der Netzbetreiber nicht reagiert hat, dann dürft ihr im Grunde genommen das Ding so ans Netz anbauen und anschließen lassen. Natürlich mit dem Installateur. Der Installateur weiß ja auch, ob der Netzanschluss 50 kW hergibt oder nicht. Es ist ja auch meistens nicht so, dass ihr 50 kW baut. Ihr baut meistens ja, keine Ahnung, 24,9, um keinen Rundsteuerempfänger zu brauchen oder 29,9, um der Wandlermessung zu entgehen. Also, jetzt fiel mir das Wort eben nicht ein. Man möchte ja keine Wandlermessung machen, deswegen bleibt man dann unter 30 kW. Aber wie gesagt, bis 50 kW, ich grüße mal Lars an dieser Stelle, für den sind 50 kW ja nicht sehr viel, kann man dann im Grunde genommen, wenn das Netzanschlussbegehren nicht beschienen wird, auch so an einen entsprechenden Anschluss anschließen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt und erleichtert schon wieder ein bisschen die Energiewende. So, wenn ihr solche Informationen immer hautnah haben möchtet, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Also, wenn das Abo-Feld rot ist, dann mal draufdrücken, damit es grau wird und die Glocke betätigen, damit ihr die Videos nicht verpasst. Wir wollen ja auch hoffentlich demnächst mal irgendwann die 15.000 Abonnenten feiern. Wir haben jetzt die 14.000 erreicht und natürlich bin ich jetzt schon ein bisschen auf dem Level, dass ich gerne jetzt zu den 15.000 möchte. Das ist der nächste Meilenstein. Wollte ich eigentlich bis zum 1.7. geschafft haben. Werden wir wohl nicht ganz schaffen. Ich sage wir, es ist unser Kanal. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir da irgendwie in die Nähe kämen. In diesem Sinne, bis bald und beim nächsten Video. Ciao, ciao!